Achtung, die war teuer. Achso, schmeißen wir da rein. Hey, hey, lass mich nicht fallen. Nein, ich pass schon auf. Sagen wir lieber, was machst du hier heute Abend? Wieso, was machst du? Was heißt, was machst du? Hast du hier ehrlich erzählt, du hättest mich entlassen, hä? Äh. Hast du das raus, hast du nicht, hä? Schau mal, da sind die Zuschauer, die haben geklatscht, weil du gekommen bist. Natürlich, die klatschen sie nur, wenn du gehst. So, schau, wie schaust denn du aus? Darf ich dich mal richtig anziehen, hä? Lass das, lass das, mach das zu dir. So. Hey. Hey. Was ist jetzt schon wieder? Hast du dich geschminkt? Geschminkt? Aha. Ja, ich hab mich ein bisschen geschminkt. Du, das ist so eine Tussi. Ich will, du weißt haargenau. Wenn man auf der Bühne steht, dann schminkt man sich ein wenig, damit man im Scheinwerferlicht nicht so glänzt. Dann hättest du sie letztens einmal hier geglänzt, hä. Es läuft, es läuft. Oh. Oh.